Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts rund um YouTube, Musik und was uns sonst noch so interessiert. Und heute geht es tatsächlich mal wieder richtig um YouTube. Genau genommen um zwei YouTuber und um zwei Videoprojekte von uns. Und damit ich euch nicht alleine vollquatschen muss, habe ich heute dabei den Klangcharakter. Gute Tag! Boah, das hast du sehr schön gesagt. Langsam wird's, langsam wird's. Ja, und worum werden wir heute sprechen? Wir werden über die Grillmeisterschaft nochmal sprechen, weil der Vlog war zwar ziemlich lang, aber da ist so viel passiert, dass wir natürlich auch vieles nicht mit dem Video haben. Und genau für solche Sachen sind ja so Sachen wie der Podcast hier da, damit wir auch noch ein paar Zusatzinfos geben können, ohne dass wir das Ganze irgendwie unterhaltsam in ein Video packen müssen, sondern einfach noch ein bisschen drüber quatschen können. Dann werden wir natürlich auch ein bisschen über den Daniel sprechen. Den haben wir auf der Grillmeisterschaft kennengelernt. Genau. Und wir werden über den Nerdy sprechen, denn jetzt gerade läuft ja unser kleiner Dreiteiler, wo der Nerdy uns mal wieder besucht hat, das zweite Mal mittlerweile. Und über diesen Dreiteiler werden wir auch ein wenig sprechen. Da kommt ja, kam ja jetzt am Mittwoch bereits der erste Teil. Und morgen werdet ihr ja den zweiten Teil zu sehen bekommen. Und nächsten Mittwoch den dritten Teil. Und wie dieses Wochenende so zustande kam und warum, darüber werden wir jetzt auch noch sprechen. Aber erst mal kurz zu dir, Klangcharakter. Wie geht's dir denn so heute? Ja, mir geht's gut. Wir hatten ja gerade hier lecker gegessen. Und ja, können jetzt voller Energie hier in diesem Podcast starten. Ja, jetzt wollen natürlich auch alle wissen, was es bei uns gab. Ja, wie öfters bei uns Döner. Ja, ist auch schon so ein Klassiker. Der zieht sich so durch die komplette Kanalgeschichte. Das ist richtig, ja. Ja, aber diesmal gab's den Döner sogar ohne, dass wir was gedreht haben. Und sogar schon vorher. Das ist untypisch. Normalerweise machen wir erst irgendwas Produktives und belohnen uns dann mit dem Döner. Stimmt. Naja, gut, okay. Ja, mir geht's eigentlich auch ganz gut. Also, ich bin schon fleißig am Schnippeln unseres Dreiteilers. Applaus, Applaus. Ja, und bin bisher eigentlich auch recht zufrieden. Das erste Ergebnis habt ihr ja schon gesehen, hoffentlich. Wenn nicht, guckt den ersten Vlog. Ja, und ich würde sagen, damit fangen wir auch an. Und dass wir jetzt einfach mal ein bisschen erzählen, wie das Ganze zustande kam. Ja, der Nerdy selber, den kenne ich ja schon ewig. Der ist ja, glaube ich, bei Let It Rain damals hat er den Kanal, glaube ich, entdeckt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, das dritte Musikvideo und das dritte richtige Video überhaupt auf dem Kanal. Das ist auf jeden Fall schon lange her. Ja, und der Nerdy hat tatsächlich jedes einzelne Video gesehen und jeden Podcast gehört und alles, was es irgendwie auf dem Kanal gab, gesehen. Was schon echt krass viel ist, weil mittlerweile sind es ja schon weit über 160 Videos auf dem Kanal. Ja, und in ein paar dieser Videos habe ich ja auch schon mit dem Nerdy ein bisschen zusammengearbeitet, schon von Anfang an eigentlich, weil, ja, man versteht sich halt gut, ne? Und in zwei der Videos war der Nerdy sogar schon live dabei. Und da warst du auch live dabei, den kleinen Charakter. Richtig, genau. Das war damals nämlich ein kleiner Zweiteiler, wo er uns besucht hat und wir gemeinsam alte Locations aus alten Videos uns angeschaut haben. Ja, und ich glaube, du warst beim zweiten Tag dabei oder beim ersten? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich meine auch der zweite Tag, ja. Ich kam dann erst dazu, weil ich, glaube ich, auch arbeiten musste. Irgendwie hat das dann mal nicht gepasst. Ja, stimmt. Du warst nur an einem der beiden Tage dabei. Ich glaube, wo wir durch die Lande gezogen sind und das Last Forever, die Last Forever Location, die haben wir uns da ja nochmal angeguckt. Von dem Mittelalterprojekt, was letztes Jahr im Dezember kam. Ja, war ein sehr schöner Vlog, fand ich auf jeden Fall. Ein sehr schöner Zweiteiler. Und das fand der Nerdy auch. Und der fand es auch ganz gut bei uns und hat sich schon länger überlegt, uns nochmal besuchen zu kommen. Und jetzt der tatsächliche Anlass dafür war ja sein Drohnenkauf. Also der Nerdy hat sich vor einiger Zeit eine Drohne gekauft. Die hat man ja jetzt auch schon in dem Drohnenvideo zur Drohnenverordnung kurz gesehen. Und die ersten Aufnahmen von seiner Drohne ja auch. Und die Idee, die wir ursprünglich mal hatten, war, dass er halt mit der Drohne vorbeikommt, um ein paar Aufnahmen vom Odenwald zu machen. Und wir einfach mal testen können, wie das Vloggen mit einer Drohne eigentlich so ist. Weil wir selber haben ja tatsächlich keine. Wir haben ja alles im Team. Aber eine Drohne haben wir nicht. Richtig. Eine Drohne haben wir bisher noch nicht. Ja, das vermute ich mal wird auch noch ein bisschen dauern. Ja. Leider muss man sagen. Aber ja. Man kann ja nicht alles. Auf einmal. Richtig. Genau. Und das wollten wir sowieso ja schon ewig mal ausprobieren. Und Nerdy selber wollte auch mal irgendwas mit seiner Drohne für YouTube machen und das ausprobieren. Und ja. Das war so der Aufhänger, dass er überhaupt kommt. Genau. Also vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal loben, beziehungsweise dankend erwähnen an Nerdy, wie dass er jetzt sozusagen schon zweimal diese wahnsinnige Strecke von seinem Heimatort aus hierher gefahren ist, wegen uns sozusagen oder wegen der Sache an sich. Und das ist ja auch eine Leistung. Also das macht man nicht mal eben, weil man jemanden neu kennengelernt hat, sondern da steckt dann doch schon ein bisschen mehr Herzblut dahinter. Ja, auf jeden Fall. Also ist auch, glaube ich, der YouTuber, mit dem ich bisher am häufigsten irgendwas zusammen gemacht habe. Mit Abstand sogar. Weil er ist ja immer bei allem dabei. Und das ist auch immer sehr, sehr cool. Und genau. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Also ja, also er ist jetzt auf jeden Fall für drei Tage insgesamt da gewesen. Deswegen gibt es auch einen Dreiteiler, quasi wieder einen Nerdy-Dreiteiler. Und das Witzige an der Sache ist, dass ja momentan bei uns vor allen Dingen die Event-Vlogs sehr stark sind und auch sehr gerne geguckt werden. Und wir jetzt tatsächlich auch direkt die Möglichkeit hatten, den Nerdy da voll mit einzuspannen. Genau. Weil natürlich zeitgleich an diesem Wochenende dann auch noch dieses Event war. Und ja, war für ihn sicherlich eine ziemlich coole Erfahrung. Zumal wir ihn auch direkt als Kameramann mit eingespannt haben. Und jetzt bei dem ersten Tag, den ihr schon gesehen habt, war es leider, 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 leider nicht möglich, wegen dem Wetter die Drohne auch zu benutzen. Aber so viel verspreche ich euch schon mal, ohne jetzt zu spoilern. Ihr werdet noch Drohnenaufnahmen sehen. Ja. Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Seid gespannt. Genau. Aber jetzt zum ersten Tag vielleicht nochmal, weil so zwei, drei Anekdoten sind im Vlog nicht gelandet und sie sind auch im Nerdys Vlog nicht so wirklich drin gelandet. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ja, weil der Nerdy selber hat ja diesmal tatsächlich, also er hat letztes Mal, als er da war, das muss man vielleicht dazu sagen, auch schon einen Vlog gedreht und er ist wirklich gar nichts geworden. Aber dieses Mal schon. Also dieses Mal hat er da einen Stil gefunden, der wirklich angenehm anzugucken ist, der, ja, funktioniert. Und wo man nochmal, ja, also das finde ich total interessant an der Sache. Man sieht den gleichen Tag mit teilweise tatsächlich sogar den gleichen Aufnahmen, teilweise verschiedenen Aufnahmen, teilweise gleiche Aufnahmen, aber aus einer anderen Perspektive. Und das ist vom kompletten Grundfeeling des Vlogs völlig anderer, weil das natürlich ein ganz anderer Blickwinkel auf den Tag ist. Ja. Also für jeden, der gerne Vlogs guckt, eigentlich mega interessant, das zu sehen, wie viel Einfluss das eigentlich hat, wer den Vlog am Ende produziert. Ja, das ist richtig. Ja, und dann kommt er ja im Prinzip auch noch dazu, Nerdy ist ja auch ein etwas anderer Typ, sage ich mal, auf seine Art und Weise. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal einen anderen, aber auch sehr interessanten Charme. Ja, definitiv. Also er ist ja eigentlich ein extrem introvertierter Typ. Und wir sind ja eher alle die Extrovertierten, also meistens zumindest. Und unsere Vlogs sind deswegen auch meistens sehr extrovertiert. Da ist immer viel Action, die sind selten wirklich ruhig, sondern da ist immer irgendwie total viel los und viele Kameras und viele Blickwinkel, weil wir ja auch viele Leute sind. Und bei Nerdy ist es genau das Gegenteil, weil er ist eher die introvertierte Person und deswegen ist der Vlog auch sehr introvertiert geworden, wo er selber eigentlich kaum was sagt, außer im Off, was ja auch total zu seiner Persönlichkeit passt irgendwie, dass er hauptsächlich ruhige Aufnahmen hat und dann im Off quasi vieles auch erlebt, sage ich mal. Und das finde ich total interessant, wie man jetzt einfach mal diese beiden Tage komplett aus zwei völlig verschiedenen Blickrichtungen sehen kann. Genau. Ja. Also da freue ich mich auch schon und hoffe auch, dass der Nerdy auch noch die anderen beiden Tage als Vlog veröffentlichen wird. Hoffe ich sehr, weil fand ich sehr, sehr cool. Ja, aber der Tag lief an sich schon ähnlich ab wie in dem Vlog auch. Der erste Tag jetzt, ich bleibe jetzt einfach mal beim ersten Tag, ich will ja nicht spoilern. Ihr sollt ja morgen noch das Video gucken. Ja, aber im Prinzip war es wirklich so, also er kam relativ früh am Tag und wir waren dann erst mal ein bisschen produktiv, weil der Nerdy ist ja ein bisschen videofaul geworden auf seinem Hauptkanal. Er hat ja sogar noch ein paar andere Kanäle so und da habe ich ihn quasi so ein bisschen dazu ermutigt, mal so ein Projekt umzusetzen, was er schon länger mal vorhatte. Und mit so einem kleinen Witz, den wir ja natürlich auch nicht spoilern. Aber da kann ich nur sagen, da kam ganz spontan dann noch die Idee und das ist sogar zumindest dieser Teil des Witzes, ist auch in seinem Vlog gelandet. Und da konnte ich es mir dann nicht nehmen, so einen kleinen Insider einzubauen. Ja, also da ist so ein kleiner Insider dann drin für alle, die auch diesen Kanal hier kennen. Ich hoffe, die Animation dauert nicht zu lange, ich bin mega gespannt, die zu sehen. Ja, und dann sind wir losgefahren Richtung Mieze, weil sie natürlich auch abends mit sollte und wir uns da ja alle getroffen haben. Und da ist eine Sache nicht im Vlog gelandet, weil es davon leider keine brauchbare Aufnahme gab, aber die war mega witzig. Also wir sind losgefahren und sind hier durch Darmstadt gefahren und ich bin mir nicht sicher, ob die mich persönlich erkannt haben oder nicht, weil eigentlich konnten sie, glaube ich, die Kamera gar nicht so richtig sehen, außer man hat vielleicht so eine Assoziation mit mir. Aber wir hatten halt Fenster unten und ich habe halt gerade so für die Autofahrt ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Und dann standen wir an der Kreuzung und dann standen direkt so drei Meter nebenan, auf dem Gehweg, standen so zwei Mädels, die haben dann geschrien, oh, die filmen, oh, okay. Also es klang so, als wüssten die zumindest, was da passiert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das sah schon so aus meinem Blickwinkel aus, als hätten die mich erkannt. Ja, dann war das ja im Prinzip die zweite Situation, weil wir hatten dann beim Heinerfest-Vlog hatten wir ja so eine Situation auch schon mal. Ja, für dich war das vielleicht dann jetzt die zweite, wir haben das schon häufiger. Okay. Also das ist vielleicht auch eine lustige Anekdote, ich wurde meinen Bus fotografiert heimlich. Ah, okay. Was total witzig war, weil ich habe das gemerkt, weil die gute Frau, die das gemacht hat und mich heimlich fotografieren wollte, die hat vergessen, den Blitz auszumachen. Ja, schön blöd. Ja, und da war das dann so peinlich, also das war wirklich ersichtlich, weil ich habe sie dann nur blöd angegrinst und da war das dann so peinlich, dass die einfach direkt ausgestiegen ist an der nächsten Station und ich habe dann noch gesehen, dass sie dann auch auf den nächsten Bus gewartet hat. Herrlich. Ja, also sowas hatten wir auch schon mal. Letztes Jahr wurden wir auf dem Schlossgrabenfest schon erkannt. Ah ja, okay. Also da warst du ja auch nicht dabei. Mietze wird schon auch ein paar Mal erkannt. Ja, und jetzt das Wochenende wurden wir auch mehrmals erkannt. Also das hast, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das war vor allen Dingen am ersten Abend war das viel, aber am zweiten war auch ein bisschen. Aber da waren halt oft die gleichen da, die haben dann schon am ersten Abend. Okay, gut. Nee, so wirklich mitbekommen habe ich es nicht, deswegen, ja. Aber gut. Ja, also ist vielleicht auch mal eine interessante Sache, weil das viele vielleicht auch so noch gar nicht unbedingt präsent haben. Das Interessante bei uns ist ja wirklich, die Reichweite ist ja jetzt nicht so riesengroß. Also wir haben jetzt aktuell knapp über 350 Abonnenten, aber dadurch, dass wir relativ viele regionale Sachen auch machen, wie das mit dem Heinerfest und dem Wiesnmarkt und jetzt auch der aktuelle Dreiteiler zum Beispiel und noch so ein paar andere Sachen, ist man für die Reichweite, die wir eigentlich haben, deutlich überdurchschnittlich bekannter hier in der Gegend. Also es kommt hier in der Gegend immer mal wieder vor, dass irgendeiner ankommt und sagt, oh, ihr seid doch die vom Wiesnmarkt, ihr seid doch die vom Heinerfest. Also das finde ich total interessant eigentlich, weil eigentlich ist die Kanalgröße ja so groß, dass wir eigentlich lange noch nicht damit rechnen sollten, überhaupt erkannt zu werden. Aber durch diese regionale Ausrichtung und auch so durch diese Odenwald-Videos, Odenwälder Dialekt und so, kommt das tatsächlich relativ häufig vor. Ja, ich meine gut, da gibt es ja durchaus andere Kanäle, die vielleicht wesentlich mehr Abonnenten haben wie wir, aber wo die Situationen dann vielleicht noch nicht entstehen oder dann vielleicht erst in zwei Jahren, weil die einfach einen etwas anderen Content haben oder sich nicht so regional auf irgendwas beziehen. Ja, das Ding ist halt, wir werden halt durch die regionalen Sachen natürlich auch hauptsächlich regional gefunden. Genau. Und auch regional vorgeschlagen dann entsprechend, wenn irgendeiner irgendwas zum Odenwald sucht und guckt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir vorgeschlagen werden. Richtig. Und das ist einfach interessant, finde ich, weil ich glaube, so viele Kanäle, die jetzt nur in einer ganz bestimmten Region in Deutschland eine gewisse Bekanntheit haben, aber ansonsten nirgendwo, gibt es, glaube ich, nicht so häufig. Ja. Finde ich einfach interessant. Bin ich mal ziemlich gespannt, wie sich das noch entwickeln wird, weil ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 50 Kilometer weiterfahren, da kennt uns echt kein Saum mehr. Das kann passieren. Finde ich mega interessant. Freue ich mich schon drauf, die Erfahrungen. Und noch machen zu dürfen. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter, bevor es zu lang wird, weil wir haben noch ein bisschen was vor. Genau. Ja, wir waren dann bei Mieze. Da gibt es jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel zu erzählen, außer, dass wir mit dem Hund draußen waren, aber ich glaube, das war in dem Vlog sogar kurz drin, bevor wir dann da hingefahren sind. Auf dem Fest selber war dann Regenwetter. Das war dann einfach total blöd, weil wir hatten die Drohne dann zwar sogar noch dabei, in der Hoffnung, dass das Wetter besser wird, aber es war halt einfach oben. Aber eine kleine Anekdote, die man da dann vielleicht abends von der Band noch erzählen kann. Interessant fand ich bei diesem Konzert, dass bei Konzertbeginn eigentlich kein Mensch da war. Also, da waren, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht lügen, es waren vielleicht geschätzt 15 Leute mit uns. Oder 20 vielleicht. Aber was dann mega interessant war, war, nachdem die Band eine halbe Stunde gespielt hat, war die Bude plötzlich voll. Okay, vielleicht wurde da irgendwie die Uhrzeit nicht so richtig kommuniziert oder so. Das ist ja schon … Ja doch, also man muss dazu sagen, das ist tatsächlich nicht im Vlog gelandet. Das habe ich tatsächlich rausgeschnitten, weil das … Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, es war einfach zu lang. Und weil freitags ist auf dieser Kerb, also für alle, die jetzt nicht wissen, was eine Kerb ist, das ist quasi eine Kirmes in Klein, auf dem Ort, im Odenwald. Punkt. Da war sogenannte Kneipenkerb. Also, der Freitag in Bärfurt auf der Kerb ist immer Kneipenkerb. Das heißt, man zieht einfach durch die Kneipen. Und ich schätze mal, dass die Leute einfach in irgendeiner Kneipe noch ein bisschen länger unterwegs waren und irgendwann trifft man sich dann dort auf dem Konzert. Gut, das könnte das natürlich erklären, ja. Ja, also deswegen war da am Anfang einfach nichts los und ich dachte schon so … Also, das ist halt … Ich wusste das ja nicht so. Also, ich wusste vorher, dass Kneipenkerb ist, aber ich wusste nicht, wie sich das auswirkt, weil ich selber war tatsächlich noch nie auf dieser Kerb vorher. Und ich dachte mir schon so, die erste halbe, dreiviertel Stunde bei dem Konzert, um Gottes Willen, die arme Band, wenn ich davon ein Video hochstelle, wie hier drei Leute sind, außer uns, das kommt für die total blöd. Das kannst du ja eigentlich kaum bringen, aber jetzt hast du schon angefangen, den Vlog zu drehen. Jetzt musst du dann halt auf so einem leeren Konzert stehen und filmen. Wie machst du das jetzt? Ja, wie sagt man so schön, Zeit heilt alle Wunden. Also, einfach mal einen Moment warten und auf einmal kommen sie alle. Ja, fand ich total faszinierend. Aber das Gute an der Sache war, da war am Anfang vor der Bühne überhaupt nichts los und ich konnte wirklich in aller Ruhe erst mal die Band filmen. Und als ich dann fertig war, die Band in Ruhe zu filmen, da war die Bude dann voll und dann konnte ich noch ganz viel von anderen Leuten filmen und noch zwei, drei Bandaufnahmen durch die Köpfe von anderen Leuten machen und so. Also, das war eigentlich ganz cool. Also, könnte im Prinzip bei jedem Konzert so sein. Es war total angenehm. Ja, gut. Und ansonsten, was nicht im Vlog drin war, war, glaube ich, die Uhrzeit. Wir sind um halb drei erst angekommen und wir sind allerdings am nächsten Tag schon um halb zehn wieder aufgestanden, glaube ich. Also, es war nicht lange. Ne, das verrate ich, glaube ich, auch noch nicht. Das seht ihr dann am Mittwoch aber erst. Aber das solltet ihr euch auf jeden Fall auch angucken, weil das ist sehr cool. Aber während dem Tag ja auch noch da war, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt vorher, weil das jetzt eine wundervolle Überleitung zum nächsten Thema ist, der Daniel von Red Style Cooking. Weil der hat uns gefunden sogar tatsächlich. Also, der sucht wohl auch schon oder hat auch schon länger irgendwie nach ein paar coolen Leuten aus der Gegend gesucht, weil Odenwald und Darmstadt ist jetzt nicht unbedingt die YouTuber-stärkste Region. Da gibt es echt wenig im Gegensatz zu vielen anderen Städten. Und ja, der hat, das war in dem Grillmeisterschafts-Vlog auch nicht drin, die Aufnahme. Der hat uns über, weißt du das eigentlich noch? Mal gucken, ob du das noch weißt. Ich lass dich mal gerade raten. Über welches Video hat er uns gefunden? Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ja. Ach ja, das war dieses Honnebombel, ne? Nicht ganz, aber die Richtung stimmt. Ja, also zumindest Odenwälder-Dialekt. Genau, aber das erste und nicht das zweite. Okay. Das Honnebombel war ja das zweite. Also das Urrumpel, ne? Das Urrumpel, genau. Was auch wieder typisch ist, also wie wir es vorhin schon erwähnt haben, über den Odenwälder-Content finden uns die Odenwälder. Ja, und er fand das wohl ganz cool, glaube ich. Und dann kam ich mit ihm erst ein bisschen ins Gespräch und hab mit ihm ein bisschen geschrieben. Und ja, hab mich gleich direkt super mit ihm verstanden. Ist ein saugcooler Typ irgendwie. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und, ähm, ja. Ja, der war jetzt direkt auch wieder dabei, weil an der Grillmeisterschaft haben wir uns ja auch mit ihm getroffen. Da haben wir uns ja auch super verstanden. Und, äh, deswegen ist er spontan dann einfach auch das komplette Wochenende fast dabei gewesen. Und hat einfach mit uns ein bisschen Spaß gehabt. Und, genau, unser erstes Treffen mit ihm, das war auf der Grillmeisterschaft, auf die wir ohne ihn auch gar nicht gefahren wären. Also, es war so, dass wir, dass ich mit ihm vorher eine ganze Zeit lang geschrieben hab, so, dass man einfach mal so guckt, was kann man denn so machen, wie kann man sich denn mal treffen. War erst die Idee, dass ich einfach mal bei ihm vorbeifahren, der mich begrillt, so, aber dann meinte er, ach ja, hier, da ist Deutsche Grillmeisterschaft. Und, und eure Eventvlogs sind doch ganz cool, kommt doch mal vorbei, könnt ihr bestimmt auch drehen. Und, dann kann man sich mal treffen und so. Und, noch ein paar andere YouTuber kennenlernen. Und, dann dachte ich mir erst so, Grillmeisterschaft, das passt ja so. Überhaupt nicht. Und, dann dachte ich mir, Grillmeisterschaft, das passt wunderbar zum Alles ist möglich Mittwoch. Richtig. Ja, nee, also, ich war wirklich null in dieser Szene drin. Also, du hattest ja zumindest noch den Vorteil, du kanntest ja schon so ein paar Kanäle und ein paar Videos von ein paar Sachen. Genau, und man hat sich mit Grillen allgemein halt schon ein bisschen auseinandergesetzt. Also, von daher, ja. Ja, aber ich so überhaupt nicht. Aber, wie ich halt so bin, ich finde sowas immer mega interessant, irgendwie neue Sachen kennenzulernen. Und, äh, deswegen dachte ich mir, ja, warum eigentlich nicht, ne? Genau, weil, ich sage mal, hungrig sind wir irgendwie alle mal und, ja. Ja, genau. Und dann sind wir da hingefahren. Und, weil ich jetzt so viel gequatscht habe, würde ich sagen, die Hinfahrt, äh, überlasse ich jetzt einfach mal dir. Ja, die Hinfahrt war auf jeden Fall, ähm, relativ langwierig, ähm, ja, gut. Ich sage mal, ich bin jetzt auch kein Hochgeschwindigkeitsfahrer. Ich bin eher ein gemütlicher Fahrer. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, Stau hatten wir, glaube ich, auf der Fahrt. Kein. Nicht, aber es waren halt auch ein paar Baustellen da, die natürlich das schon ein bisschen reduziert haben vom Tempo. Und, ähm, genau, dann hatten wir ja, glaube ich, auch einen Vloganfang gedreht auf einer Raststätte. Genau, da gab es ja dann irgendwie auch Schwierigkeiten, weil wir erst irgendwie nicht den Vogel so richtig gefunden haben. Ja, also man muss dazu natürlich sagen, wir haben noch nie bei solch krass hellen Lichtverhältnissen gefilmt. Noch nie vorher. Bei uns war immer irgendwie Regen bewölkt oder wir hatten irgendwie schattige Plätze oder viel Zeit. Und da war so die Sonne geknallt. Ja, und dann sieht man halt einfach auf dem Display der Kamera, wenn man sozusagen im Vlog-Modus ist, das Display zu sich selbst dreht, sieht man halt effektiv nicht mehr irgendwie das Fokus-Peaking oder ob man da jetzt scharf ist oder nicht. Also das war schon echt nicht so einfach. Ja. Also das war auch eine echt völlig neue Situation für uns, die wir so absolut nicht, also ich hätte nie gedacht vorher, dass das so Probleme macht, aber das war echt krass. Also bis wir da mal das mit der Kamera irgendwie hinbekommen haben, ja, sind auch ein paar Aufnahmen diesen Umständen geschuldet, dem zu Opfer gefallen, kann man das, das, ja egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber dazu würde ich sagen, im Verlauf des Vlogs noch ein bisschen mehr. Genau. Ja, ich meine gut, irgendwann sind wir dann auch angekommen, waren dann erstmal ziemlich baff, weil so ein gigantischer Parkplatz irgendwie voll mit Autos waren und wir dann auf dem Parkplatz draufgefahren sind und uns dann immer noch mehr gewundert haben, wie viele Autos das sind, weil das ging immer noch weiter und weiter und weiter. Und ja gut, sind wir natürlich ein bisschen rumgefahren, müssen wir erstmal einen Parkplatz gefunden haben und ja, dann ging es dann im Prinzip nach irgendwie Sachen zusammenstellen beziehungsweise zusammenpacken, was wir jetzt alles aufs Fest mit hochnehmen, dann ja im Prinzip auch schon los. Mit einer, mit einem mega Fail gegen Slows bei mir. Ach, stimmt, genau, ja. Also ich habe das erste Mal, also man muss dazu sagen, meistens, wenn wir vloggen, habe ich die Kamera, weil meistens, ja, habe ich auch die Regie quasi bei den Vlogs und ich habe noch den ganz großen Vorteil, dass ich größer bin als Mieze, aber kleiner bin als Kleinkarakter und deswegen in der Mitte bin und deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass alle im Bild sind, viel höher ist. Aber an dem Tag habe ich das erste Mal mit deiner Kamera gevloggt, weil vorher haben wir ja immer mit Handy oder mit meiner Kamera oder so, aber mit deiner Kamera wirklich gevloggt habe ich vorher noch nie und ich habe es erstmal voll verpennt, den Slow-Motion-Modus auszumachen, den ich bei der Hinfahrt für die Autoaufnahmen anhatte. Ja, ich hatte da in dem Moment auch nicht mehr dran gedacht und man muss natürlich dazu sagen, es ist jetzt halt sozusagen mit der GR5 gewesen, mit der G70, also dem Vorgänger, den ich hatte, da hast du ja durchaus auch schon mal gefilmt, aber jetzt mit der GR5 halt noch nicht. Ja, also die ist noch relativ frisch, wir machen dazu auch noch ein Video, wir haben es bisher einfach nicht hingekriegt bei dem ganzen anderen Kram, aber Equipment-Videos werden auf jeden Fall demnächst noch kommen, weil da hat sich eigentlich alles geändert. Ja, also da ist eigentlich nichts mehr so wie vorher, wirklich gar nichts. Na gut, so zwei, drei Kleinigkeiten noch, aber im Großen und Ganzen ist da alles anders als in den letzten Videos. Ist nicht mehr viel übrig geblieben. Aber kommt jetzt, ich sag einfach mal, im Laufe des Herbsts, ja, da machen wir auf jeden Fall mal ein paar und da erklären wir dann diesmal nicht nur, was wir haben, sondern auch, wofür wir die einzelnen Sachen einsetzen und deswegen gibt es auch mehrere Videos. Genau. Weil sonst passt das nicht alles in ein Video. Egal, zurück zum Thema. Mega-Fail, ich hatte eine wundervolle Aufnahme von mir, wie ich in die Kamera rede, die dann irgendwie dank dem Slow-Motion-Modus, der ja nur in 33 Prozent Geschwindigkeit … Und natürlich keinen Ton aufnimmt. Ja, natürlich. Also der zeichnet dann direkt in 33 Prozent der Geschwindigkeit auf, also nur in einem Drittel der Geschwindigkeit. Und ich habe eine wundervolle Slow-Motion-Aufnahme, wie ich in praller Sonne, geblendet von der Sonne, das Hineingehen in die Grillmeisterschaft oder auf das Grillmeisterschaftskalende kommentiere ohne Ton. Aber wir haben es zum Glück noch rechtzeitig gemerkt und konnten dann noch einen neuen … Wir sind angekommen, drehen. Aber eigentlich war der Plan, dass ich erst mal erzähle, dass wir als Presse da sind und wir uns jetzt erst mal unseren Presseausweis holen müssen. Und ja, gemerkt haben wir es dann, als wir den Presseausweis schon hatten. Das war dann ein bisschen blöd. Vor allen Dingen, was auch witzig ist, diese ganzen anderen Aufnahmen zwischendrin, die waren ja auch alle Slow-Motion. Also das habe ich ja auch gar nicht so geplant. Ja. Aber okay. Aber gut, so ist das halt. Ich sage mal, gerade, wenn man, sagen wir mal, Vlogs macht von einem Tag oder so, das ist ja oftmals so spontan, da kann sowas halt dann auch mal passieren. Das gehört ein bisschen dazu auch. Ja, wobei ich muss sagen, ich bin froh, dass das am Anfang passiert ist, weil danach wusste ich ganz genau, darauf muss ich achten. Richtig, ja. Ja. Ja gut, aber dann hatten wir unseren Presseausweis und es gab eine kleine Überraschung für uns, was wir vorher auch gar nicht wussten. Das war das mit diesen zwei Essen. Genau, richtig. Wir haben also im Prinzip so, ja, wie Art Essensmarken bekommen, aber nicht im Sinne von, ja, holt euch da euer Essen ab, es ist und fertig, sondern es war im Prinzip eine Verkostung, wo an dem Tisch entsprechend auch die eigentliche Jury gesessen hat. Und ich glaube noch zwei, drei andere, die auch diese Marken hatten. Und da konnten wir wirklich in die Gelegenheit kommen, sozusagen bei dem eigentlichen Wettbewerb dabei zu sein, sozusagen. Und, ja, das Essen auch direkt mitzuprobieren. Ja, also wir haben wirklich direkt neben der Jury gesessen. Also ich bin mir bei dir jetzt gar nicht sicher, aber bei meinem Essen, bei der Aata Barbecue Crew, übrigens saukoole Leute, da saß ich wirklich direkt neben einem Juror. Mhm, okay. Also, war auch sehr interessant. Man konnte es vor Ort leider nicht aufnehmen, weil die natürlich erstens gerade in dem Moment keine Zeit hatten und auch mit dem Kopf ganz woanders waren eigentlich. Ja, logisch. Ähm, und zweitens, weil da Musik lief, das hätte man eh nicht reinschneiden können. Ja. Und, ähm, ja, drittens natürlich auch, es in dem Moment einfach um das Essen ging und es jeden Moment kommen konnte und da war das sowas nicht drin. Ich hätte aber eigentlich ganz gerne ein Interview mit dem gemacht, weil der war sehr cool drauf, dieser Juror. Also war sehr offen, hat mir auch alles gezeigt, wie das so funktioniert und so. Kann man vielleicht jetzt auch nochmal kurz ein bisschen erzählen. Mhm. Also, was ich nämlich auch nicht gedacht hätte, die haben tatsächlich richtig eine Ausbildung in dem Sinne gemacht. Also, äh, da gab es so eine richtige Schulung, wie mein Juror wird quasi und dass, ähm, ja, dass die halt alle möglichst gleich bewerten. Und dann hat er mir auch noch erzählt, dass ein Juror, also ein Jurymitglied, ein Juror, sagt man das überhaupt so? Ich weiß es nicht, egal. Keine Ahnung. Ähm, dass die durchschnittlich an einem so einem Tag 14 Essen probieren, über den Tag verteilt. Okay. Und, äh, dass die da auch genaue Vorgaben haben und, äh, das war sogar im Vlog als Info drin, dass es noch eine Blindjury gibt, die nur das Essen sieht, ohne Verbindung zu dem Stand und so, zusätzlich zu den Essen. Also, das fand ich sehr interessant. Dann habe ich auch den Bogen, den die ausfüllen müssen, mal gesehen. Da waren auch unfassbar viele Sachen drauf. Das ging beim Aussehen los, bei der Anrichtung, bisschen über Geschmack, Konsistenz, was weiß ich. Es waren, ich glaube, zwei oder drei DIN-A4 Seiten zum Ankreuzen. Ja, und ich fand es total faszinierend, weil ich habe an diesem Tisch gesessen und habe dann dieses unfassbar gute Essen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Also, ich hatte den Impro-Gang, das bedeutet, die bekommen einfach nur so einen Warenkorb und wissen vor dem Wettbewerb gar nicht, was da drin ist und müssen dann völlig spontan was zubereiten. Und ich bin ja auch so ein Mensch, ich finde neue Sachen immer total cool, deswegen wollte ich auch den Gang haben. Und, ähm, das war irgendwie so eine, so eine Gemüsefrikadelle so in die Richtung und, äh, dazu ein richtig gutes Stück Filet war das, glaube ich. Und ich habe da gesessen und mir ist es auf der Zunge zergangen und ich habe mir gesagt, ich habe, glaube ich, noch nie so geiles Grillfleisch gegessen und noch nie so gut gegrilltes gegessen. Und der Juror saß mit einer unfassbar unbeeindruckten Mine neben mir, hat keine Mine verzogen, hat total kritisch alles hingeguckt, hat das Gemüse-Bürger auseinander gepult. Und ich wusste gar nicht, wie ich mich da verhalten soll, ich war da total irgendwie so, ich kann ja jetzt nicht da hinkommen und sagen, oh, das ist voll lecker, das wäre ja total blöd gekommen. Ja, das ist richtig. Und habe dann da so ganz still und leise und heimlich mein Essen gegessen und versucht nicht, alles voll zu grinsen. Also das war schon interessant, dass man so in so einer Situation einfach mal dabei war und einfach mal gesehen hat, wie das so funktioniert. Ja. Fand ich sehr cool. Wie war dein Essen auf dem, äh, du warst ja bei T-Born, ne? Äh, ja, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr so ganz hundertprozentig im Kopf. Da war T-Born, ich habe dir in die Mail geschickt. Ja, ich hatte auf jeden Fall so Filetstreifen, äh, mit Zwiebeln und ein Teil der Filetstreifen waren auch, also unterschiedlich gegrillt. Und da waren unter anderem ein Streifen dabei, der war auf Heu gegrillt. Und da hat mir echt, also sofort den Unterschied geschmeckt, weil das einfach eine ganz andere, einen ganz anderen Geschmack hatte, halt durch das, durch das Geräuscherte, durch dieses, durch diesen Rauch von dem, von dem Heu. Und das war wirklich sehr lecker, also muss man schon sagen. Und wir hatten ja dann, äh, an dem Stand auch noch ein Interview geführt und die Leute waren auch super nett, super gastfreundlich. Ähm, also rundum positiv, also, ja, super geil. Ja, also ich konnte ja auch jetzt nicht das Wettbewerbsessen bei denen probieren, sondern nur die Sachen, die sie halt so nebenher noch gegrillt haben. Aber an dem Stand wurden wir auch wirklich komplett versorgt, ne? Also wir waren da zu dritt und haben so leckere Sachen gekriegt. Also das ist Wahnsinn. Also ich kann euch nicht empfehlen, sucht euch Freunde, die, äh, die professionell grillen. Genau. Ja, da, ach stimmt, das, das war doch, genau, das war doch die Szene gewesen, wo Mieze eigentlich auf dem ganzen Fest noch nicht so wirklich in ihrem vegetarischen Genuss gekommen ist. Und da hatten die extra noch für Mieze irgendwie einen, was war das gewesen? Oh, da fragst du mich jetzt was. Also es war so, so eine, so ein Teig. So ein Crepe. Irgendwas in die Richtung, ja. Ja, genau, richtig. Haben sie einfach noch gemacht, ja, wir haben doch da noch was, ach komm, mach das doch noch schnell. Also ich hab da auch mal reingebissen, es war auch sau lecker. Ja, ja, sau cool. Die Leute waren einfach so, also generell die ganzen Leute auf dem Fest, aber gerade da hat man es halt voll gemerkt, so diese ganze Grillmentalität, die hat uns, glaube ich, da mit am meisten fasziniert. Also das Grillen und das Grillfleisch selbst, das fand ich nicht mal halb so faszinierend wie diese Mentalität dort. Richtig, ja. Wir sind da angekommen, wir hatten keine Ahnung von nix und alle total nett, da waren andere, ganz am Anfang haben wir ja noch zwei YouTuber getroffen. Genau, die haben da auch gefilmt, die hatten, ja, genau, im Prinzip genau die gleiche Kamera wie ich auch, die GH5. Nur ein anderes Objektiv. Ja, die hießen irgendwie, ich glaube, Schwagers Barbecue oder so ähnlich. Irgendwie sowas, ja, genau. Auf jeden Fall. Auch super nett. Auch mega nette Leute, also wir sind da mit der Kamera, die kamen gleich an, oh, hey, cool, filmt ihr hier auch? Wir sind YouTuber, seid ihr auch YouTuber? Ja, total cool drauf einfach. Wobei man muss dazu sagen, ich bin zu denen hingegangen, weil ich hab gesehen, ah, okay, wir filmen mit der GH5 und direkt angesprochen und sofort im Gespräch gewesen. Und ich glaube, das ist dann einfach so ein Ding, wenn man irgendwie als Filmer dann vielleicht noch die gleiche Kamera hat, da braucht es keine vieler Worte. Da sagst du einfach nur oder zeigst die Kamera kurz hoch und dann entsteht schon ein Gespräch, das ist automatisiert. Ja, fand ich halt einfach auch so cool, weil, das war ja nicht, also wir waren natürlich auch da, weil wir natürlich YouTuber treffen wollten. Ja. Und die waren auch richtig cool drauf. Also ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, was das alles für Kanäle waren, die da waren. An was ich mich hauptsächlich natürlich noch erinnere, war natürlich Daniel, für den wohnen wir ja da. Genau, Klaus Grillt. Ja, mit dem haben wir ja auch relativ lange gequatscht eigentlich sogar. Aber was ich halt auch mega witzig fand, ist irgendwie, Daniel hat uns erst gar nicht registriert, der war da so in seinem Grillwahn, weil er da ja auch diese Show gemacht hat. Wir standen da bestimmt 10, 15 Minuten vor seinem Grill und der hat irgendwie gar nicht registriert, dass wir da sind und dreht sich dann irgendwann plötzlich um und sagt, hi. So sau witzig irgendwie. Ja, das ist nur mal kurz am Rande. Ja, aber auch da, also wir sind zu dem Stand hin und konnten uns da im Prinzip sofort einlisten. Ja. Also war einfach total offen alles. Ja. Ich meine gut, eine Sache, die, weil wir kamen ja im Prinzip auf das Fest hin und hatten erstmal tierisch Kohldampf. Also Hunger, ja, für die Leute, die das nicht wissen. Ja, das ist auch gut. Und ja, wir sind dann erstmal so die Stände rumgegangen und haben uns dann gefragt, ja, wo kann man denn hier was zu essen kaufen? Weil es war nirgendwo irgendwie mal so typische Grillbuden, wo man ein Schild hat, Gerichte, kostet so und so viel, hier anstellen, da kaufen, da mitnehmen. Sondern das war total verwinkelt und man musste echt erstmal irgendwie einen Stand finden, wo es was gab. Und ich glaube, also wir haben dann zum Glück, ich glaube nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten dann zumindest was gefunden. Aber Mietze hatte dann noch viel mehr Schwierigkeiten, weil vegetarisch und das war dann auf dem ganzen Fest doch etwas verwinkelter, zumindest in dem Bereich da dann was zu finden. Aber sie hatte, glaube ich, dann auch noch, nee, wie war das? Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, will ich auch nichts Falsches erzählen. Ich meine sogar, sie hätte einen Burger dann gegessen, der aber trotzdem Fleisch hatte. Bin mir dann nicht mehr ganz sicher, ich will da jetzt auch nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall war es nicht so einfach, wie man denkt, auf so einem Event erstmal was zu grillen, zu finden. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man selber halt sich da noch gar nicht so auskennt, weil wir ja auch selber gar nicht erstmal wussten, wo ist da eigentlich was und welcher dieser Stände grillt jetzt für eine Show, welcher dieser Stände grillt jetzt für den Wettbewerb und welcher grillt, damit man da was zu essen kaufen kann. Und die sahen halt alle irgendwie für uns auf den ersten Blick auch alle erstmal gleich aus. Richtig, ja. Also zumindest, was so die Intensierung dahinter steckte, weil so die einzelnen Buden und so, die waren ja schon teilweise echt cool aufgebaut. Ja, die haben sich da sehr viel Mühe gegeben. Also vor allem, was ich sehr interessant fand, die einzelnen Crews, Grillcrews sozusagen, die diese Stände hatten, wo die dann auf dem Wettbewerb auch gegrillt haben, die haben ja auch die einzelnen Gänge dann präsentiert. Aber jeder hat so seine eigene Art gehabt, das zu präsentieren. Also es gab da teilweise Leute, die hatten dann pro Gang irgendwie so einen Holzstamm, wo sie dann irgendwie so ein Brett reingehauen haben, wo es dann auf dem Brett lag, die einzelnen Gänge des Gerichtes sozusagen. Dann gab es also zig Varianten, wie man das praktisch ausstellt. Ja, fand ich auch interessant. Sehr kreativ. Hätte ich das so auch nicht erwartet vorher. Ja. Muss ich schon sagen. War sehr interessant. Ich fand auch vor allen Dingen den Stand von der Artel Barbecue Crew, wo ich ja gegessen habe, der war mega gemütlich eingerichtet. Also auch so richtig schön. Man hat es ja im Video gesehen mit dieser Holzumrandung drumherum und so. Also das war echt richtig chillig da. Aber da sieht man halt auch an dieser ganzen Aufmachung auch, wie viel Mühe sich die einzelnen Crews da doch gegeben haben. Das ist halt nicht einfach mal so ein Grillwettbewerb, sondern das ist halt die deutsche Meisterschaft gewesen. Ja. Was ich aber sehr interessant fand, war auch, dass bei der Siegerehrung sich teilweise die anderen Teams, die nicht gewonnen haben, trotzdem mit den Gewinnern total gefreut haben. Also das war dann nicht so wie beim Fußball, dass dann irgendwie die Leute, die nichts gewonnen haben, dann total frustriert irgendwie in die Kabine gehen, weil sie nicht gewonnen haben, sondern das war einfach so gefühlt zumindest aus unserer Perspektive irgendwie viel mehr Freude und Herzlichkeit da. Das ist richtig, ja. Also ich meine, das hatte uns der Daniel beziehungsweise der Klaus ja auch schon so ein bisschen erklärt, dass es da also wirklich viele Teams gibt, die auch natürlich nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten. Da wird mal das eine oder andere ausgetauscht, wenn der eine mal, was weiß ich, irgendwas vergessen hatte oder irgendwas kaputt gegangen ist. Also da ist eine sehr hohe Freundschaft da auch schon da, um dem anderen auch zu helfen und das fand ich also super cool. Ja, fand ich auch, also dass sich selbst in der Wettbewerbssituation so diese Mentalität noch zeigt, fand ich auch total cool irgendwie. Also das, das, ich gehe da bestimmt nochmal hin. Also ich kann mir gut vorstellen, da nächstes Jahr nochmal hinzugehen oder auch mal mir andere Grill Events anzugucken, einfach um mal zu gucken, ob das da dann genauso ist, weil ich gehe mal davon aus, dass so diese ganze Community jetzt relativ ähnlich wie die dortige sein wird. Ja, würde ich auch vermuten. Ja, also es war ja, es war ja allein, was, was so die Drehgenehmigung und die Presseausweise und so angeht, schon total chillig. Also man, ich habe da angerufen und, und habe halt nach einer Drehgenehmigung gefragt und dann ist es direkt, oh ja klar, ich schreibe euch auf die Liste, kommt da einfach vorbei, kriegt den Presseausweis. Also war auch mega chillig und kein, kein großes irgendwie Gelaber oder so, das war so kurz und knapp, klar, macht. So mega entspannt einfach. Ja, ähm, noch irgendwas Besonderes. Ach so, bei, bei, bei dem Stand der YouTuber wurden wir ja auch nochmal gut versorgt mit richtig guten Sachen. Ja, genau. Also da gab es dann auch nochmal so, so was, ja, Burger war es nicht so, so, so eine Mischung aus Burger und Döner, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, das waren so, so Mini-Burger, also so ganz kleine Brötchen irgendwie. Ja, aber da war, da war kein, kein, kein Fleischstück drin, sondern kleine Fleischstückchen. Wir haben, man merkt, wir haben wirklich keine Ahnung von. Ja. Es war auf jeden Fall super lecker. Mega, ja, also selbst, also ich konnte eigentlich schon gar nichts mehr essen. Ich war so voll gefressen einfach nur, aber ich musste trotzdem noch. Also ich konnte gar nicht anders. Das war so, das war auch mega cool. Ja, ähm, ich glaube, das war so im Großen und Ganzen unser Tag, aber was natürlich noch besonders interessant ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen zur Produktion des Vlogs, weil die war ja anders als sonst eigentlich. Also beziehungsweise da hat sich so ein bisschen das rauskristallisiert, was so die letzten Monate schon sich so ein bisschen entwickelt hat, dass jeder so seine festen Rollen hat des Tages quasi. Weil da hat sich das erste Mal auch gezeigt, wie hocheffektiv das ist. Also warum es sich lohnt, im Team zu vloggen. Weil vor allen Dingen Mieze, die, äh, filmt ja gar nicht so viel und die vloggt ja auch gar nicht so viel im Vlog mit, wie jetzt wir beide das machen, weil wir halt meistens mit der Kamera überall rumlaufen. Aber die macht ja im Hintergrund unheimlich viel. Also die organisiert ja eigentlich meistens so alles, was drumherum passiert. Also das war jetzt auch an dem Wochenende so, wo Nerdy da war. Da war sie ja bei den Vlogs gar nicht so präsent dabei, aber sie hat halt alles drumherum organisiert. Schlafen, Essen, alles. Wirklich komplett. Und das war ja beim Grillding auch schon so ein bisschen so. Also jetzt nicht, dass sie das alles organisiert hat, aber, ähm, man muss sich das so vorstellen. Weil ich stehe dann meistens schon da und, und schneide den Vlog quasi schon beim Drehen. Und Klangcharakter ist dann auch so ein kleiner Nerd, der da mit der Kamera dasteht und man kann mit ihm reden und er hört nichts mehr. Er sieht dann seine Kamera und sieht die Aufnahme und er kriegt alles um sich rum eigentlich nicht mehr mit, außer man tippt ihn an. So wie bei mir eigentlich im Prinzip auch. Also wir sind da so ein bisschen bekloppt, glaube ich. Und Mietze ist dann diejenige, die dafür sorgt, dass wir dann nicht total verloren auf diesen Veranstaltungen stehen, sondern die hat die Karte in der Hand, die weiß permanent überall, wo alles ist, findet sich überall zurecht, hat den Zeitplan im Blick, wenn wir bestimmte Termine haben. Sie weiß genau, jetzt ist so und so viel Uhr, ihr müsst jetzt da, ihr müsst jetzt da, ihr müsst jetzt da. Also das ist so, ja, das, was sie auf solchen Events immer tut. Und ich glaube, ohne sie wären wir auf dieser Grillmeisterschaft komplett aufgeschmissen gewesen. Sie wusste ganz genau, wann wir unser Essen haben, hat uns permanent daran erinnert, dass wir dann und dann dahin müssen und wusste vorher schon genau, wo die Stände sind. Also es ist Wahnsinn. Die war eine halbe Stunde da, sie kannte sich komplett aus, wusste alles und wir haben da, glaube ich, einfach nur gestanden. Keine Ahnung, grübel. Aber wir hatten coole Aufnahmen in der Kamera. Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich eigentlich, gerade bei dem Vlog habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass da eine Person noch dahinter ist, die irgendwie wirklich ein bisschen Power macht, was sowas angeht. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, wie viel, also naja, das erste Mal nicht, aber es war das erste Mal, dass ich wirklich richtig gemerkt habe, wie wichtig das ist, dafür einen freien Kopf zu haben und wie wichtig es ist, jemanden dabei zu haben, der einem diesen freien Kopf dann auch geben kann. Genau. Das ist schon krass gewesen, was sie da in so kurzer Zeit an Orientierung bekommen hat. Das war Wahnsinn. Nee, ich meine ansonsten gut. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, insbesondere bei den Interviews, weil auf dem Festival doch es viele Stände gab, die dann hier ihre Musik halt laut von den Boxen strömen lassen hat. Und das war natürlich alles entsprechend Musik, die auch GEMA geschützt ist. Und da lässt es sich natürlich relativ schwierig ein Interview führen, wenn man in der Nähe oder auch etwas weiter entfernt, dann versucht hier, ja, eine Aufnahme zu machen. Das ist doch der Grund, warum das Klaus-Interview so kurz war, weil eigentlich sollte das ein bisschen länger bleiben, aber da war so viel Krach, dass ich viele Aufnahmen nicht mehr nehmen konnte. Also man hört es noch stellenweise, wie es dann lauter wurde, wo ich dann einfach einen Cut setzen musste. Ja, ja, das ist richtig. Ich meine gut, eigentlich hätte ich jetzt auch gedacht, wir waren ja in dieser kleinen Grillhütte, die uns freundlicherweise da der Hersteller von dieser, ja, Grillhütte, ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben. Ich kenne die Navig Wood Art. Ah, okay, danke. Hat uns freundlicherweise da sozusagen diese Hütte zur Verfügung gestellt, dass wir da drin das Interview machen konnten. Hat sich im Nachhinein dann aber doch rausgestellt, dass es rein vom Donen her dann doch nicht ganz so das Optimale war, ne? Ja, wobei es draußen noch schlimmer gewesen wäre. Also das war schon, das war an sich war es jetzt okay, aber hätte man besser machen können mit einem Raum, der dann auch geschützt war. Aber es war halt auch schon relativ spät an dem Tag und da ging halt schon echt Party. Ja, genau. Also die Meisterschaft selbst war schon rum, die Auswertung war schon im Gange und alle waren total entspannt und haben halt echt schon gefeiert. Also die haben schon vor der Siegerhörung angefangen zu feiern. Richtig, ja. Bevor überhaupt klar war, ob überhaupt irgendeiner irgendwo nominiert ist. Fand ich mega cool. Ja, wir haben allerdings mittlerweile eine Möglichkeit gefunden, das besser zu machen. Das seht ihr dann morgen sogar direkt. Genau. Mehr verrate ich aber hier auch noch nicht, deswegen müsst ihr wohl diesen Vlog gucken. Ja, aber da können wir vielleicht in irgendeinem anderen, vielleicht in dem Equipment-Video mal genauer erklären, warum das denn jetzt so viel cooler ist. Richtig. Also was das genau bedeutet und ... Eigentlich sogar mit relativ wenig Aufwand. Das kann man vielleicht an der Stelle schon mal sagen. Das stimmt, ja. Aber wir haben uns da so ein bisschen durchgesneakt. Wir haben jetzt nicht irgendwie groß neuen Kram besorgt, sondern wir haben uns da so ein bisschen durchgeschummelt, sage ich mal. Okay, egal. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen, weil es sieht man sofort. Ja. Wer die vorherigen Event-Vlogs gesehen hat, man sieht es sofort. Also man hört es sofort. Ja. Man sieht es auch sofort. Ja, das auch. Okay, egal. Wir haben es ja auch auf den sonstigen Event-Vlogs immer irgendwie hingekriegt. Ja, technisch besonders das Licht war sehr, sehr schwierig. Ja, also ich hatte ganz am Anfang noch so einen variablen ND-Filter drauf, den ich mir mal geholt hatte. Einfach aus dem Aspekt heraus, es nutzen unheimlich viele YouTuber variable ND-Filter und ja, musste aber dann doch feststellen, das ist gar nicht so einfach damit, weil A, verstellt er sich relativ schnell und B, brauchst du da nur einen halben Millimeter dran drehen. Und dann verändert sich die Helligkeit schon gravierend, also lässt sich irgendwie sehr schwierig nur damit arbeiten. Und wir sind dann am Ende, also ich jetzt mit der GA5, bin dann doch, ich glaube am Anfang hatte ich den ND-8 drauf, den festen ND-Filter und bin dann auf ND-16 gegangen und damit war es dann okay. Ja, man muss sagen, ND-16 ist zum Filmen schon echt viel. Ja. Also das ist schon, also ich muss sagen, ich hatte den ND-8 drauf, eigentlich permanent. Und den ND-8 nutze ich eigentlich zum Filmen nie. Also ich weiß nicht, ich glaube ich hatte noch nie vorher bei einem Video ND-8 drauf. Also je höher die Zahl, desto mehr dunkelt ein ND-D-Filter ab. Beziehungsweise bei dem Tourhazer Equipment Vorstellungs, Wartungsvideo, da hattest du den drauf. Ja. Und da hat er sogar auch nicht wirklich gereicht, da hättest du sogar noch einen etwas größeren gebraucht. Nee, da hätte ich, mittlerweile weiß ich das übrigens, wir lernen dazu, ich hätte eine Gegenlichtblende gebraucht. Ach ja, okay, weil die Sonne doch ziemlich, ja stimmt. Ja, egal. Man lernt ja zu durch Fehler. Ja, also das war auf jeden Fall ziemlich heavy mit den Lichtsituationen, aber also deswegen ist auch tatsächlich eine Aufnahme, wo wir was erzählt haben, komplett rausgeflogen, weil die ging gar nicht. Beziehungsweise sind sogar mehrere rausgeflogen, aber eine ist rausgeflogen, weil wir trotz krassen ND-Filter und unheimlich niedrigen ISO-Werten und alles, was irgendwie ging auf abdunkeln, trotzdem überbelichtet waren mitten im Gesicht. Okay. Also das sah ganz furchtbar aus. Irgendwann sind wir einfach nur noch in Schatten, um zu moderieren. Ja. Also irgendwo möglichst schattig und das war ein bisschen schwierig auf einer Grillmeisterschaft, wo es eigentlich keinen Schatten gibt. Nee, aber es war dann, also man konnte sich damit dann schon irgendwie arrangieren. Aber was man am Ende vom Vlog ganz schön sieht, ist, dass wir beide, Mietze wurde verschont, aber wir beide hatten echt krass Sonnenbrand. Oh ja. Ja, es war halt einfach extremster Sonnenschein und klar, wir haben natürlich schon versucht, immer Schatten zu suchen, dass wir nicht ständig in der prallen Sonne stehen, aber das war dann nicht immer möglich auf dem Fest. Ja, also man hat auch am Ende gemerkt, noch so ein Ding, warum Teamvloggen ganz gut ist. Wir hatten zwei Kameras dabei, aber wir waren zu dritt und dadurch hatte jeder an der Kamera mal ein bisschen Pause. Ja. Weil so gerade gegen Ende hin war es dann doch echt anstrengend. Das stimmt. Also da war es dann echt gut, dass man mal hin und her tauschen konnte und jeder mal so sein Viertelstündchen hatte, wo man keine Kamera in der Hand hatte, sondern einfach nur mal chillen konnte. Ja. Ja, ich sage mal insbesondere bei der Siegerehrung, da habe ich die Kamera halt weit über dem Kopf gehalten und mache das mal irgendwie eine geschlagene Viertelstunde oder so. Ja, habe ich gemacht. Wir haben uns abgewechselt. Ich weiß, wie das so ist. Ja, also wir haben halt, das ist vielleicht auch noch so eine lustige Anekdote. Ich glaube, ich habe die komplette Siegerehrung aufgenommen, weil wir eigentlich gehofft haben, dass irgendeiner von den Teams, wo wir was gegessen haben, auch einen ersten Platz macht. Ja. Also die Ahrtal-Barbecue-Crew war ja insgesamt zweimal, glaube ich, auf dem Treppchen. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Ich glaube, zweimal habe ich gelesen. Einmal habe ich es aktiv mitbekommen vor Ort auf jeden Fall. Ist auch im Vlog sogar drin, eine kurze Szene. Ja, aber es hat leider, leider, leider keiner der beiden Teams dann am Ende eine Kategorie wirklich gewonnen. Ja, das ist im Prinzip auch das, was vielleicht dann in dem Vlog ein bisschen untergegangen ist, weil wir hatten schlicht und ergreifend dann nicht mehr die Information an dem Tag, wo jetzt eigentlich die Teams, wo wir das Probeessen gemacht hatten, genau angekommen sind an der Platzierung. Ja, das fand ich auch ein bisschen schade, weil das hätte ich eigentlich gerne eingeblendet. Ich habe aber leider keine Informationen dazu gefunden, weil so bleibt nur ein Verweis auf die Homepage, bis das irgendwann online kommt. Mittlerweile ist es, glaube ich, online. Ja. Aber was ich auch sehr cool fand, war das Siegerteam. Also die waren mega sympathisch, waren total cool drauf. Und ja, gerade die Endszene war halt das absolute Highlight des Vlogs. Also da hat Mietze mit meiner Kamera echt richtig coole Sachen eingefangen und ich habe mir dann, weil du da gerade echt am rumschlauchen warst, einfach deine geschnappt und habe dann Slow-Motion-Aufnahmen von dem Siegerjubel gemacht. Was aber, glaube ich, auch ganz gut ist in solchen Momenten, weil ich halt doch der Kleinere bin und doch mehr im Geschehen drin bin und du bist ja dann doch eher der Größere und kannst viel besser so Sachen, die panoramamäßig sind, glaube ich, machen. Ja, ja gut, das kommt einfach drauf an. Ja, aber so in der Situation war das, glaube ich, ganz gut. Also da hatte ich, glaube ich, auch die bessere Höhe, weil das einfach Wahnsinnsaufnahmen war. Wir waren ja wirklich mitten in diesem Team drin. Ja. Also die kannten da ja auch nichts, die sind ja. Mhm, richtig, ja. Also ich stand da wirklich teilweise ja quasi auf denen drauf mit der Kamera. Das stimmt, ja. Die haben sich übrigens auch dann nochmal gemeldet und sich bedankt für die sehr schönen Aufnahmen. Ja. Also denen hat das sehr gut gefallen, diese Sieger-Ehrungsszene. Ja. Die haben sich da wirklich sehr drüber gefreut. Ich glaube, da gab es jetzt auch noch nicht viele, die auch sozusagen gedreht hatten an dieser Grillmeisterschaft, die das, ich sage mal so, umfangreich eingefangen haben. Und ja, da haben wir uns da vielleicht so ein kleines Monopol gestellt. Ja, ich meine, man darf natürlich auch nicht vergessen, die YouTuber, die da waren, waren Grill-YouTuber. Ja. Die waren natürlich für Essen da, die waren für diese ganzen Sachen da, die man halt so als Griller auch interessant findet. Mhm. Und wir hatten da ja eine ganz andere Position. Wir sind ja Vlogger, die vor allen Dingen eher auf die menschliche Schiene gehen, sage ich mal. Also bei uns auf dem Kanal steht ja auch eher so Spaß, Freundschaft, gute Laune. Emotionen. Ja. Ja, und das ist natürlich auch in dem Vlog so gewesen. Also wir haben halt einen Stimmungsvlog und einen Menschenvlog daraus gemacht und jetzt weniger wirklich einen Koch- und Grillvlog. Also könnten wir auch gar nicht. Da müssen wir das Feld einfach den Grillprofis überlassen. Das ist richtig, ja. Es ist ja im Prinzip dann auch nicht unser Ding beziehungsweise unsere Absicht. Ja, aber ich finde es auch viel besser so, weil damit erweitert man den Content irgendwie auch nochmal sinnvoll, finde ich. Also ich habe dann immer das Gefühl, ich mache jetzt ein Video, was es nicht schon hundertmal gibt, sondern was einfach die hundert Videos, die es dazwischen gibt, nochmal um eine sinnvolle neue Komponente erweitert, um nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Genau. Und für die Szene ist es natürlich auch interessant, weil man einfach mal sozusagen als Neuling die Sache aus einer ganz anderen Perspektive zeigt, als es viele andere dann vielleicht machen, die dann schon viel zu sehr in der Schiene drin sind oder schon zu technisch gehen. Da ist es ganz nett, dass man da vielleicht mal, ja, das etwas anders macht. Ja, ein bisschen weniger ins Detail geht, sondern das einfach so anfängertauglich vielleicht nicht zu präsentieren. Und vor allen Dingen, was ich auch immer ganz cool finde, das so zu präsentieren, dass man anderen vielleicht zeigt, dass man auch, wenn man wirklich keine Ahnung davon hat, auf sowas einfach Spaß haben kann. Also, weiß ich nicht, das ermutigt vielleicht den einen oder anderen, das einfach mal auszuprobieren oder einfach mal hinzugehen. Auf irgendeine Veranstaltung, wo man keine Ahnung hat, was das für Leute sind, wo man keine Ahnung hat, was das eigentlich soll, einfach mal hingehen, einfach mal gucken, was das so ist und dann merken, dass das ja trotzdem Spaß macht. Ja, genau. Es sind ja auch alles nur Menschen und die sind in der Regel gut gelaunt, weil das, was die da gerade machen, ist ja ihre Pension, ihre Leidenschaft. Ihre Pension. Ja, Passion, wolltest du auch sagen. Passion, ja, genau. Ja, also, das finde ich eigentlich ganz cool. Also, ich glaube, den Weg, den können wir da ruhig auch weitergehen. Das macht mir auch im Schnitt immer sehr viel Spaß, weil, ja, wir sind halt auch Leute, die gerne neue Sachen ausprobieren. So sieht es aus. Genau. So, und ich denke, wir sind jetzt mittlerweile sehr weit fortgeschritten und dürften unsere typische Podcast-Zeit langsam erreicht haben. Vielleicht sind wir sogar schon einen Ticken drüber. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir beenden den Podcast an der Stelle mit einem dicken Danke an den Daniel, dass er uns auf die Grillmeisterschaft eingeladen hat. Ja, auch von mir nochmal ein Dankeschön. Genau, und ein sehr cool, dass er jetzt auch quasi auf unser Metier mit dem Konzert dann auch direkt mitgekommen ist. Finde ich auch sehr cool. Da wird es sicherlich auch noch einiges mehr geben. Ein paar Sachen sind da schon geplant. Und natürlich auch einen dicken Dank an Nerdy, dass er mal wieder da war, weil das war auch einfach cool. Ja. Und hast du noch ein paar abschließende Worte, die du noch loswerden möchtest? Ja, im Prinzip auch einfach Danke dafür, dass wir mittlerweile eben auch mit anderen größeren YouTubern zusammenarbeiten dürfen und ja, so immer mehr neue Erfahrungen sammeln können, neue Menschen kennenlernen und ja, das euch vermitteln können. Ja, also das finde ich auch ziemlich cool, dass so langsam das Ganze so ins Rollen kommt, dass man auch mal andere kennenlernt und sich da einfach viel besser austauschen kann. Also es hat ja Anfang des Jahres mit dem Tubers Club Treffen schon so ein bisschen angefangen, dass dann auch so mal Realkontakt zu anderen kommt. Und irgendwie in diesem Jahr steigert sich das so langsam ein bisschen und das finde ich sehr cool. Ja. Das sind unfassbar interessante Sachen, die man da erlebt. Also auch so oft nur Kleinigkeiten, aber es ist einfach eine total coole Entwicklung. Ja, und im Prinzip profitieren ja auch immer beide Seiten davon. Das ist ja nicht nur, dass wir davon profitieren, dass wir zum Beispiel mit YouTubern zusammenarbeiten, die schon etwas größer sind, sondern auch die YouTuber profitieren ja auch davon, dass sie einfach mal auf einem komplett anderen Kanal sind oder auch mal was völlig anderes sehen aus einer anderen Perspektive. Und ja, so kann man sich optimal gegenseitig ergänzen. Ja, also ich finde, man profitiert allein schon, weil man einfach Erfahrungen austauschen kann. Also das finde ich schon allein. Und man muss ja auch dazu sagen, die Leute, mit denen wir bisher irgendwie was zusammen machen, die sind ja auch einfach so saukool. Ja. Also ich würde mit denen nach ohne YouTubers zusammen unternehmen, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Naja gut, okay. Ich denke, wir sind jetzt echt schon dick über der Zeit, wahrscheinlich mindestens fünf Minuten. Deswegen läute ich den Podcast mal aus mit einem üblichen. Wir bedanken uns für jedes Abo. Für jeden Kommentar. Jetzt hast du es versaut. Für jeden Like. Ja, sehr schön. Wir machen das nochmal. Bis es klappt. Und damit bedanken wir uns für jedes Abo. Für jeden Like. Und für jeden Kommentar. Ciao. Ciao. Ah, wie in diesem Vlog da. Da hat Miezen mich auch geärgert. Bye. Bye. Vielen Dank. Bye. 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 Vielen Dank.